Musik Relias Fashion ist eine junge Firma mit ebenso jungen und motivierten Fachleuten, die sich auf die Veredelung von Textilien durch Textilstickerei konzentriert. 90 Marken und über 4.500 Artikel in allen Farben und Größen stehen den Kunden dabei zur Auswahl. Wir haben eigentlich von Blusen bis Polos bis T-Shirts, Softshelljacken, Fleecejacken, Arbeitsbekleidung. Generell, wir haben eigentlich alles. Es gibt nichts, was wir eigentlich nicht haben. Und sollte irgendwie ein Kunde einen speziellen Wunsch haben, werden wir alles daran setzen, damit wir das auch umsetzen können. Wir wollen halt speziell punkten mit unserer großen Auswahl an Textilien und mit unserer Kundenfreundlichkeit. Das heißt eigentlich, dass zu uns niemals ein Kunde herkommen muss, sondern wir fahren jeden Kunden ab. Dem präsentieren wir die ganzen Artikel und es wird da alles kostenlos ins Haus geliefert. Und auch wenn sich jemand vorstellt, so wie zum Beispiel das Hotel Matlein in Ischgl, was eine eigene Kollektion machen wollte, denen legen wir dann schon fixfertige Grafiken vor und arbeiten die so aus, wie es unser Kunde eigentlich haben will. Und wird dann alles kostenlos geliefert. Doch die jungen Unternehmer stehen keinesfalls am Bügelbrett und sticken oder bügeln dort die Logos der Kunden auf. Wir sind eigentlich mit den modernsten Maschinen ausgestattet. Die sind alle computergesteuert. Das heißt, so wie man schon gesehen hat, wir erstellen eine Datei am Computer. Die spielt sich dann auf die Maschine rüber und dann wird das alles vollautomatisch bestickt und bedruckt genauso. Viel Arbeit und auch Handarbeit ist es dennoch. Für Unterberger Denzel, das Interalpenhotel in Buchen, WSG Swarovski Wattens oder das Hotel Matlein in Ischgl haben die kreativen Köpfe bereits Textilien designt und bestickt. Uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall gesund und langsam wachsen. Das ist natürlich von einer Maschine zur nächsten Maschine und, und, und. Ja, wichtig steht, dass die Kunden zufrieden sind, dass wir stetig und langsam wachsen. Und, dass wir von Woche zu Woche oder von mir aus von Tag zu Tag immer neue Kunden gewinnen. Und das ist eigentlich das Wichtigste für uns auch.